2017 Pausenhof der Lessing Realschule und ein wunderbares Projekt von Schule ohne Rassismus Schule mit Courage. Wir von der SMV mit vielen, vielen Kolleginnen und Kollegen zusammen organisieren mit Unterstützung natürlich der Schülerinnen und Schüler einen Sponsorenlauf für Amalia. Amalia war bis vor kurzem Schülerin bei uns, ist zurückgekehrt mit ihrer Familie in den Irak. Und im Irak besucht sie eine deutsche Schule und wir wollen ihr helfen, dass sie den Schulabschluss machen kann. Der Sponsorenlauf ist ein Finanzlauf, ein Finanzierungslauf. Also jeder, der rennt, kriegt 10 Cent oder 1 Euro pro Runde und die Runde ist nicht groß, das sind 100 Meter. Das heißt, wir wollen ungefähr 2400 Dollar einnehmen und wenn wir sogar mehr Geld einnehmen, dann finanzieren wir unser Projekt der Bala-Geldschule in Afghanistan, wo wir Waisenkinder unterstützen, die nicht in die Schule dürfen, aber dank unseres Geldes 300 Euro pro Jahr eine Schule besuchen können. Das ist ein super tolles Projekt. Wir freuen uns wahnsinnig, dass im Moment die 7a, 7b läuft. Vorher die 5er, die 6er, nachher die 8er, 9er und die VK-Klasse und sie alle unterstützen unser Projekt. Das ist ein super tolles Projekt. Das ist ein super tolles Projekt. Das ist ein super tolles Projekt. Wie findest du den heutigen Sponsorenlauf? Also ich finde es gut, dass man Flüchtlinge oder Bedürftige bzw. Amalia unterstützen kann und es macht mir auch Spaß. Wie viele Runden bist du heute gerannt? Bis jetzt bin ich schon 70 gerannt, aber ich laufe noch weiter. Wie viele Sponsoren hast du? Einen. Wie viel spendet der? 10 Cent pro Runde. Okay, danke für das Interview. Max, wie findest du die Aktion? Ja, ich finde sie gut, um anderen Leuten zu helfen, in dem Fall halt Amalia. Wie viele Runden bist du heute gelaufen? Bis jetzt 100, aber es kommen hoffentlich noch welche dazu. Wie viele Sponsoren hattest du? Eine Person, weil ich wusste, dass ich viel laufen werde und deswegen nicht ganz viele haben wollte, sonst müssten die übel viel spenden. Tom, wie findest du die Aktion? Ich finde es total cool, dass man eben damit auch Menschen helfen kann und dabei dann auch noch Spaß haben kann. Wie viele Runden bist du heute gelaufen? Bei mir waren es jetzt 30. Ich habe jetzt aber auch nicht irgendwie beschissen und mehrere Gummis genommen. Also, ja. Also, ja. Also, ja. Also, ja. Ich habe jetzt mal. Vielen Dank.